Hallo zusammen, ich bin Abida. Heute habe ich ein Treffen gemacht und wir waren vier und wir haben über das deutsche CH gesprochen. Ich möchte ein bisschen über das Treffen sprechen. Zuerst, es gibt zwei CH, mindestens zwei CH auf Deutsch. Das weiche CH und dann das dunkle CH. Das CH, das kommt nach dunklen Vokalen. Ich finde das weiche CH schwerer als das dunkle CH. Das dunkle CH klingt zu mir als CH auf Arabisch und deshalb habe ich keine Probleme. Es gibt viele Wörter mit diesem Ton. So zum Beispiel, ich kenne ein paar Personen, die Khan heißen. Oder weil ich die Mathematik mag. Al-Khawarizmi ist ein wichtiges Wort für mich. Das ist Algorithm auf Englisch. Und ich glaube, dass ich nicht so gut Arabisch spreche, aber ich kenne ein paar arabische Wörter. Und deshalb kenne ich diesen Ton. Aber das weiche CH ist schwerer für mich. Ich. So, wir haben ein paar Beispiele von CH. So, ich. Ich. Und so dieses, so, ja, es ist so schwer, dass ich kann nicht das ich aussprechen. Das Wort kommt so oft als jeder andere Wort auf Deutsch. Besonders für mich, weil ich, äh, ich, äh, spreche über mich am liebsten. Ähm, und auch, äh, ich, mich, dich. Äh, diese Wörter sind sehr wichtig. Äh, und ich habe immer Probleme, ähm, mit der Aussprache. Äh, durch ist schwerer. Ähm. Ähm, ich muss, äh, vorstellen, dass, äh, zwischen das R und das CH, ähm, gibt es äh, I und ich, äh, ich, äh, ich spreche durch, durch. Ich denke immer durch, dann durch, äh, durch, 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 du, durch, durch, du, durch, durch, durch. Ähm, oder Milch. Mädchen, manchmal, äh, manche. Äh, aber ja, ich finde, dass, ähm, ich finde, äh, der Ton, der, äh, der, äh, von Hals, äh, kommt. Äh, ist, äh, ein bisschen einfacher Bach, noch Buch Ich bin nicht sicher entweder meine Aussprache für die beiden gut sind, aber ja, ich glaube, dass diese dunkle Seha ist einfacher aber Sprechen über Aussprechen ist immer schwierig Ich habe andere Beispiele und dann muss man die anderen Töne kennen zum Beispiel Seha kann auch wie K klingen wie Chororchester Fuchs und auch Psychologie und das ist etwas sehr komisch weil das Y in Psychologie ist anders als Syrien typisch typisch und Syrien das Y klingt wie Ü aber Psychologie ist mehr als I und auch in Gymnasien so ja das und ich so in diesem Treffen müsste ich die anderen erklären das ist Psychologie nicht Psychologie als es steht im Wörterbuch so ja das ist ein bisschen das ist das ist schwer ich die englische Autographie ist sehr sehr schwer weil kein Wort auf Englisch klingt wie es aussieht zum Beispiel so durch eigentlich die Meinung von durch ist through und das Wort T H R R O U G H aber wir sagen das G und H nicht eigentlich wenn man wenn man ausspricht wie es aussieht dann klingt es ähnlicher zu Deutsch through oder auch Tochter auf Deutsch Tochter ja und auf Englisch es sieht wie Deutsch eigentlich aber wir sagen das G H nicht Tochter Tochter nicht Daughter das ist das ist sehr interessant ähm äh Englisch ähm äh hat äh Ur Ursprung äh hat einen Ursprung auf Deutsch äh Englisch ist eine Kombination von Französisch und Deutsch ähm aber ähm ähm äh ich die die Autographie ähm sieht wie es im ähm zwölfte Jahrhundert ähm ähm aber äh die Aussprache äh hat verendet über äh achthundert Jahre ähm und deshalb ist äh kein kein Wort ähm kein Wort äh klingt wie es aussieht ich hatte gedacht dass äh dass äh die deutsche Autographie ähm sehr einfach äh war ah ja ich ich kenne jetzt die Aussprache ähm es ist sehr regelmäßig und am ersten Tag kann ich alle lesen alle Bücher kann ich lesen kein Problem ich 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 kenne ähm jedes Wort ähm ich 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 kann mach mach es äh perfekt aber das ist nicht wahr ähm es gibt äh viele ähm viele ähm viele Schwierigkeiten ähm das äh für mich nicht ähm sehr ähm 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 nicht sehr ich kann nicht äh so äh schnell sehen ähm diese diese Schwierigkeiten auf Englisch ist das sehr einfach ich habe ähm ich habe viele viele Jahre äh in der Schule äh gelernt äh ich habe viele Bücher auf Englisch gelesen äh und ich habe viele viele äh Filme äh auf Englisch gesehen äh in der Schule zu Hause äh jeder Tag von äh fast mein äh äh ganzes äh von fast meinem ganzen äh Leben aber äh wenn ich habe nicht so viele Beispiele auf Deutsch ich habe nicht so viele Zeit auf Deutsch und deshalb muss ich sehr ähm sehr hart arbeiten äh und in einem Sinn muss ich äh die Zeit die ich ähm vermisst habe ähm jetzt machen so ich war sechs Jahre alt und ich äh ich könnte lesen und ich habe viele Bücher als ich äh als ein sechsjähriger äh als ein sechsjähriges äh Mädchen war war äh aber äh habe ich das auf Deutsch nicht getan ähm so ja das das ist ein äh ein Grund äh warum ähm Sprache lernen so schwer ist okay das ist alles für heute danke äh für eure Aufmerksamkeit ähm und bis gleich äh wie äh 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 äh